Jemand gesagt, dass ihr euch total ähnlich seht? Warte mal, ich hab irgendwie... Wie geht der Satz? Hat er schon mal gesagt, dass ihr euch total ähnlich seht? Ich hab zu viel Apouret-Content konsumiert in den letzten Tagen! Ihr eicht... Ihr gleicht euch wie ein Ei dem Zwilling Oder wie das heißt? Ne, wie heißt das nochmal? Wäre auch voll nett, wenn ihr mich nicht die ganze Zeit anrauchen würdet. Fahren hier immer Tacotrucks durch die Gegend? Das ist ja cool, bei uns auf dem Land gibt's keine Tacotrucks. Obwohl, glaub ich, noch nie welche gesehen. Also, was ich sagen wollte, ihr seht euch total ähnlich. Seid ihr Zwillinge? Ja, ist ne ernst gemeinte Frage, weil ihr euch so ähnlich seht, denke ich halt. Ja, okay. Die Phallus-Symbolik ist ja unglaublich. Ja, ihr passt gern eure Schläuche an, ne? Dann wird ordentlich gespritzt. Hey, 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 hey. Ja, ich darf gar nicht lachen, hey? Ich binde die nützlich. Ja, ich mein, was soll man da anders denken bei... ähm, komischem... Ja, okay, tschüss. Mann, kacke, ey, ich dachte, ich beschissen.